Herzlich willkommen zum Einführungs-Tutorium für die Software IdaEIS in der Version 4.8 mit dem Service Pack 2. In diesem kurzen Video geht es um den Bericht Energie von Versorgungstechnik. Um den Bericht aufzurufen, wählen wir im Reiter Zusammenfassung zunächst Energie aus und klicken dann unten links im Bereich Gebäude auf Energie von Versorgungstechnik. Es öffnet sich sofort der entsprechende Bericht. Dieser Bericht beinhaltet die Werte für die gesamte Versorgungstechnik, inklusive der Werte für Verluste im Versorgungssystem. Beachte hier, die Verteilverluste werden als zusätzliche Wärmequellen der Zonen hinzugerechnet. Dieser Anteil erscheint in der Wärmebilanz der Zone als Nettoverlust. Um weitere Informationen rund um diesen Bericht zu bekommen, kann man wie an fast allen Stellen in IdaEIS die F1-Taste drücken. Dies öffnet dann, sofern vorhanden, die dazugehörige Informationsseite der Hilfe. In diesem kurzen Video haben wir uns den Bericht rund um die Energie der Versorgungstechnik angeschaut. Außerdem haben wir gesehen, wie man sich zusätzliche Informationen zu einem Bericht aufrufen kann. Im nächsten Video geht es um weitere Berichte. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020